Du bist dumm, ja, Kester, das wissen wir gar nicht. Oh, der Robby, der Familie-Face. Kester, drück mal, geh kurz. Wohin aimst du denn, Kester? Also, letztes Game, ich bin wirklich gar nicht ausgerastet. Kester, diese Boos, ey, diese Aims sind so bescheuert von dir, ne? Boah, 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 boah. Also, letztes Game, ich bin wirklich gar nicht ausgerastet. Bitte was? BITTE WAS? Ich, 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 I stay t, äh, n, c, t, boah, is spawn, gar nicht okay. I stay, äh, t, äh, c, t spawn. I rush t spawn. Ich hab zu wenig Geld, um die guten Skins zu kaufen. Ja, weil du keine Galilien hast. Ja, stimmt. Ich glaub, ich muss nen Galil-Skin kriegen. Ich glaub, ich muss nen Galil-Skin kriegen. Ich glaub, das ist aber für alles jetzt den besten Skin. Ich hab auch, ich hab auch. Er checkt nicht, dass links von ihm noch einer steht. Er rusht einfach mit der AWP. Esther, bist du okay? Oh mein Gott, Miguel. Oh mein Gott, Miguel. Oh mein Gott, Miguel. Oh mein Gott, Miguel. Oh, der Spray-Control. Ahhhhhhh. Quatsch. Also letztes- weißt du nicht zuhause! Also letztes Game- влиh ich wohl gar nicht ausgibt. Termin, Alitz-Rasschen, eins gedrückt- finnis-kasta! Bollern die Alter, ich kann nicht mehr! S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S! Ja, Mama! Anton? Alter, du bist so nachbarn, du Geschwärm! Tim, sei mal leise, ganz Sande kann ich hören! WALTER! Ey, Kester, das hat nichts zu bedeuten! Ich weiß! Wir machen jetzt ECO! Ey, ich will nur den Garnier kaufen! Ich meine, du bist so und... Geist, du bist der EFBOL! Jaaaa! Du kannst doch immer was sein, dann kriegst du aus der Zeit, ey! Alter, Maul! Anton, guck mal, Steam! Kester, ich warne dich! Ich warne dich! I think it's A, guys! Mann, Gobi! Es ist A, es ist A! Deine Mutter ist A! Meine Mutter hat Double D! Fuck! Oh, es ist A! Es ist A! Du musst mir die Teten ankommen, damit ich runterkomme, Alter! Wie ist das denn? Junge! Der hat ihn doch! Ich hab ihn immer wieder nur zugegeben! Ich hab ihn immer wieder zugegeben! Ich mach mal bitte Teten als Bilder! Der Illuminati-Zie weg! Wenn du deine Mutter noch behalten willst, dann... ...wolltest du lieber die Fresse halten! ... 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 Nein, du kannst nicht. 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 Egal, du kannst sowieso nicht. Deine Mutter kann nicht. Was? Tim, auf zu rauchen! Nein, alles voll der Rauch hier. Oh, scheiße, ich hör wieder Schüsse. Tim, ich war mit zu... Oh mein Gott. Das geht doch gut, alles klar. Ich mache Google mal lieber aus. Ey, wenn man auf Steam irgendwas eingibt, wird das auch im Verlauf eingeflechtert. Ich hab dich gerade selber geflasht. Nein, nein, natürlich nicht. Was machst du denn? Ich hab doch mal... Nichts, ich wollte mal verrieren und machen, Anna... Achso. Ich war auf Underbookbilder, Junge. Und hat sich darauf eine runtergekriegt. Wie kann CSGO Tits free downloaden? Wie kann CSGO Tits, Alter? CSGO Tits, das kommt, Alter. Gambling-Seite. Rate die Größe. Du musst was setzen und damit die Größe richtig rauskriegst. Das ist gut. Double D, Junge. Ich sag immer Double D. Ah, Double D verkackt. Ah, diese Seite ist fliegt. Diese Seite ist fliegt. Tim ist ein... Oh, der Spray von Lemmy, Duh. Oh, okay. Tim, du bist offiziell schlecht. Anton, hast du das aufgenommen? Äh, nein. Oh, was hat der für einen Spray-Control, Alter? Deswegen kaufe ich mir keine P90. Ich weiß nur, ich scheiße. Ich sollte das mal aufnehmen, Alter. Okay, P90. Ich nühe das jetzt einfach auf, Alter. Ich mache jetzt hier Aufnahmestart. Ich werde ja nicht ausrasten. Ich werde jetzt P90 rushen, weil es wird alles gut werden. Ich hab Bock auf Bier, Tim. Ich hab Bock auf... Ja, Bierkester, lacht uns nicht. Weil wir nichts anderes in unserem Scheiß-Control haben. Es wird A, ich kündige es wird A, guys. Kannst du das mal in so zwei Minuten machen? Wer flasht, wir ständig. Es wird A, guys. RIP, guys. Mein Mother is rigged. Ich hab'n Spucke-Fleck auf meinem Bildschirm. Das ist nicht für meine Auffassung. Ich mach jetzt Ninja-Defuse. Ohne Smoke. Mach deine Mutter gleich Ninja. Sinn. Ich mach dein Vater gleich Ninja. Ja. Warte mal. Ich bin Miguel. Ich bin Pagg. Wo ist es denn, Leute? T-Spawn, würde ich sagen. Wir können mir- Tim, soll ich dir mal ein schöner Huhro reingeben. Ich find' it... I think it's I, guys. Jetzt tu ein Echo. Ja. Ich find' it. Nein! Ey Tim, was ist F1? Wir haben drei Runden gekriegt. Kester Kicken, ja, nein. Können wir so werden? Tim, drück einfach... Miguel, drück einfach F1. Nein, Leute, wir gehen Diegel-Mitte. Okay, aber nur Diegel, kein... Jetzt hab ich mir keine Diegel gekauft. Ich hab mir eine P90 gekauft, ihr Dreckskinder. Ah! Gehen wir durch Connector? Oder wohin gehen wir? Warte, ich will Minova. Nova... Nova Koi? Oder Nova... Golden Koi? Na! Weißt du, weißt du... Du merkst einfach nicht, dass es nicht mehr witzig ist. Na! Ey, Kester, das war als Beleidigung. Ist echt so. Schönes Beleidigung. Warte mal, ne? Bitte? Nur weil du hässlich bist. Ja, Kester, nur deswegen. Also, Let's Game bin ich für mich gar nicht ausgelastet. Ah! Opa! Ey, ich... Ragequit, Ragequit. Also, Let's Game bin ich wirklich gar nicht ausgelastet. Also, Let's Game bin ich für mich für einen ausgelastet. Warte mal kurz. Kester, oh! Diese Flashes, Miguel! Diese... Was machst du da mit der Nova? Er schießt mit Nova auf Range. Ist er behindert? Ich hab ihm sogar noch was gedrückt. Also, Let's Game bin ich wirklich gar nicht ausgelastet. Ich hab jetzt mal Kaffee... Ich hab... Ich hab mal Kaffee getrunken. Beruhigt hab ich mich jetzt nicht. Aber jetzt können wir weiter diskutieren. Weißt du was? Nö. Mag7. Mag7 mit dem geilen Sound, Alter. Rate, was das war! Oh, verdammt! Ey, Tim, kennst du schon einen neuen Sound von der Mag7? Tim, kennst du schon einen neuen Sound von der Mag7? Hehehe. Nö. Beste neue Sound. War nichts, aber egal. Wie geil, ich habe gelernt mit Flashes auszuweichen, weil ich mir immer mit solchen Team als wie euch Spiele. Also, Let's Game bin ich wirklich gar nicht ausgerastet. Ich hatte einen guten Mitspieler. Deine Mutter ist Let's Game nicht ausgerastet. Das reicht mir langsam. Meine Mutter ist Let's Game ausgerastet. Also, ist das denn was? Alles klar, Leute. Zuletztes Game bin ich wirklich gar nicht ausgerastet. Er hat diese Incendary geworfen. Tim, stell dich einfach rein und warte auf den Bann. Miguel, du fucking Troll, Alter! Kester drückst du auf 1. Kester ist weg. Ist gequittet, Alter. Warum ist Kester? Hast du ihn wieder gebannt, oder was? Nö, aber kann ich mal machen. Mach ich jetzt mal. RIP-Game, RIP-Game, Alter. Aber nein, ich kicke dich nicht. Ich bin mal nett. Ich bin mal nett. Was? Was? Nichts, Kester. Wieso soll ich dich nicht kicken? Ich hab gar nichts getan. Miguel, wachst du zu den Max-Helven gekauft? Bist du bescheuert? Der steht rechts in der Ecke. Oh, wow, er hat nicht getroffen. Was? Du bleibst doch anders. Schlimm! Wie? Zum Teufel bist du Silver 3 gekommen. Als zuletztes Game. Kester, oh Gott, Kester. Ich hab ihm 77 gedrückt. Du bist, Kester. Was? V-H. Ey, ihr seid alle verdient, Silver 2, Alter. Bin ich global, Alter. Ganz ehrlich. Achso, Tim, ist okay. RASCH, ey. RASCH, ey. Tim, ist ein bisschen urensinn. Der Gegner aus dem Typ hat einfach boopskriegt. Wir machen einen Gegner aus dem Typen, was? Mitte, Mitte, Mitte. Zu spät! Zu spät! Glaub mir. BOD HAO! Connector 2A. BOD HAO! BOD HAO! Aygo City spawn. der bot geht erstmal, ist der behindert, der bot alter, fick dich, kann jemanden scheiß bot, das bot ficken ich bring mich jetzt um um den bot zu nehmen Tim nimmt ja das seil in real life raus wieso bin ich der einzige der da lang geht warum rushen wir immer einzeln? Kester, warte mal rush, ey, ok, jetzt der nächste jetzt ist der bot schon tot, was ist das für ne scheiße nimm den hammer, nimm den hammer, nimm den hammer 10 Jahre alt, ich spiel die Cisco mal, weiter gehen ich hab mich angerückt da steht einer Apartment und ich verkack hier alles ich und Kester sind tot, halbehindert was, halbehindert? ich mag Hubs, so alles klar ich will schon fast, wirklich Miguel hei Miguel ja ich darf, wer sich das anhören wirst du aus Leidenschaft oh, du kannst mal, ey Anton aus die Rolle kommt aus die Re was hast du gesagt? was war das für ne Logik? was hast du gesagt? ich verstehe ich da nicht Anton ey, ich hab mal aufgegeben, bitte du sind doch schön und gut aber der Spieler kann einfach gar nichts halt dein Maul, Anton weißt du noch die Regeln? wenn ich rede, redet kein anderer so was ist das für ne Regeln? Die kenn ich nicht ich kenn die schon ich nicht hey ich das ist der beste Typ er wird ein mit dem weiter der Kulto Epli ist ein schweiziger das ist er erstaubt hat mich auch geblieben und ich habe die Momente geblieben das war er gestorben ein das war die in der Regel okay ich habe mich über das Leben wenn ich auch ein Konzept ich habe alles jetzt geht es gut Fick mein Leben! Komm her, Tim. Fuck! Hast du das gemacht? Ne. Weißt du was ich dir gar nicht gebe? Ich geh jetzt noch einen aufs Maul! Das ist klar. Ich geh jetzt noch auf Tegel, Leute. Tim, auf jeden Fall ein ganz normaler Spieler. Niemals Toxic oder Sozi. Das sieht nie aus. No Toxic Player, I'm Fair Player. I am not Toxic. Wenn du mir jetzt Hatter gibst, Miguel, dann töte ich dich, Alter. Kannst du denn nicht mehr? Ja! Ja! Tim, hier guck. Christa, warum gehst du B? Ich hab auch gesagt, Algo E. Algo B, geil. Aber ich... Du hohen Sohn hast gerade nicht erst auf ne Flash geworfen. Wreck! Oh, was kann der eigentlich? Christa? Christa, weißt du was du kannst? Oh, was kann ich eigentlich? Please kick him. Me was B, what the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ey, ich hoffe Tim kommt einfach sieben Tage ab an. Wegen Kick. I have a boosted animal. Na! Please kick him, please. Tim, hast du Bock auf sieben Tage ab an? Okay. Einer noch! Einer geht! Nein! Geholtsohn! Wer war das? Miguel, warst du das? Nein, war ich nicht. Dieser Dreckskerl. Lass den mal kicken, bitte. Können wir Kessler kicken? I am not a toxic player. Also, letztes Game? Miguel sagt immer ja, Kessler wollen wir uns verbünden? Also, letztes Game? Nein, lass es doch. Ich bin der einzige Typ, der wirklich noch diese Runde ernst nimmt. Deswegen... Nein, ich meine... Ich bin zweiter und habe drei Punkte mehr. Ihr seid einmal nur letzter... Guck mal, Kessler, du hast acht Punkte. Was sagst du jetzt überhaupt noch? Äh, ich hab nur Dickel gespielt. Selbst der Bot hat fast mehr Punkte als du. Wie viel Geld hat Kessler? Wie viel Geld hat Kessler? Wie viel Geld hat Kessler? Ich sag dazu gar nichts. Ohne mal... Ich hab nur Dickel gespielt. Nur Dickel. Wie kann man so viel Geld verspäten? Hallo, der Bot hat fast mehr Kills als er! Junge, Alter. Es fällt ja früh auf. Miguel vor zwei Sekunden. Junge, der Bot hat fast mehr Kills als er. Ey, Anton, Anton, Anton. Ein Überblick für dich. Der letzte Bot mit einem Kill. Der vorletzte Kessler mit drei Kills. Also auch ein Bot. Danach... Oh, ich hab Beine auf. Ich hab ihn 60 gerügt. Oh, mit drei, mit vier Kills Kessler ist auch ne Rampant. Ihr spielt mit zwei Bots, oder? Mit einem. Nein, mit zwei. Mit einem. Hey, du hast doch gesagt, Kessler hast du den. Ja, okay. Ja, okay, mit zwei. Ja, gut. So, Alter. 9-year-old boy screaming in C-School. Ah, wir sind rückgegangen. Schön. Downranked incoming. Wieder ein Kills. Ich kriege aber wieder ein Kills. Ich kriege aber wieder ein Kills. Und werfe ihn aus dem Fenster und... Bitte. Ich schwöre... Oh, Kessler download. Kessler download. Kessler download. Echt? Opfer. Oh, Kessler Opfer. Was denn? Hey, los. Gämmeln wir jetzt? Ich würde schon sagen, ja. Das hat Downranked erstmal reporten. Ja, also erstmal danke für die Aufnahme, ja. Die habe ich schon lange gebraucht, weil es zu sein. 15 Minuten ist jetzt. Ich darf nicht den Namen oder so zensieren. Aber geht halt klar, weil. Let's go, guys. Schön, das hat das irgendwann gesagt. Na ja, komm. Die Daily Fleet Coin sind am Start. Amen. 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 Amen.